Ich bin schon noch wieder nicht am Tränen. Du hast das auch nicht gemeint, aber du brauchst mit den Armen. Du brauchst ja ein Spiel. Dann haust du ihm die einfach in den Magen. Man verträgt das schon. Leg ich mit Mika runter, vorhin in deinem Mund. Selbst an den Zunge-Kettenzitter. Das überlebt sich schon. Und sobald ich sie im Griff hab, kannst du sie komplett locker lassen, weil dann halt ich sie fest. Jetzt kannst du locker lassen. Bisschen höher. Mach mal den Mund richtig auf. Sieht gut aus. Fangen runter. Du kannst ruhig einziehen. Je nachdem, schlucken. Ansonsten gibt es auch Becher. Mach das so. Im großen Mund nicht auf. Machst du fein, Punky. Also die Abdrüge von der Zange sehen viel schlimmer aus, als deine Zunge jetzt gerade. Das war ja langweilig. Ich komm, zeig nochmal. Der Fotograf. Hey. Hier vorbei, kommst du mit dem Fotograf. Hey, toll. Kommst du direkt ins Bett. Und danach kommen die Schmerzen. Wie sehr hat er noch nicht? Ähm, hey, hey, hey. So ist gut. Hey, perfekt. Das Geräusch hat doch was, oder? Ja. Das Geräusch... Was denn? Richtig klar war es. Das ist das Einzige, was wegen meiner Zunge noch ganz ist. Dieses Scheißgeräusch. Ja, aber ich hör es ja so schon richtig laut, wenn ich da drüber hänge. Tropf gleich. Tropf. Ja. Hat er schon. War ein Geräusch... Wie am Titoris. Wie am Kopfscherl ist wohl dahin, ne meiliges Mieser. Ach, das Geile. Weißt du, was das Geile ist? Es liegt draußen noch Schnee. Wenn du jetzt rausgehst, irgendwie am Rotzen bist oder so, ne? Das hab ich gemacht nach dem Zungespalten letztes Jahr. Das war geil. So mitten im Schneesonn, richtig großen, roten Flatschen rein. Die Leute sind schlecht geworden um mich rum. Ganz lustig. Genauso wie Chris und mein Standardspruch in der Diskothek, wenn einer auf die Intimpiesens guckt. Hey, sei froh, es blutet nicht mehr. Na, Franky in der Eisdealer hat einer eine Binde für mich. Bye bye. Tschüss. 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 Tschüss, Rolf. Probieren wir den nächste Woche. Mach mal ein Koller, tschüss. Grüß mal alle in Italien. So, und jetzt probieren wir nochmal Zwischenfall. Zwischenfall. Jetzt geht's an der Lig wieder. Nährst du das? Okay, oder? Ja. Danke. Es ist halt nicht das Zeug, Vogtsalatz mit 4 Stunden Musiksdemo inklusive. Warte. Ich in der Schule rumgekommen. Nee, nee, du musst telefonieren. Alle wussten das schon, weil der war mal bei uns in der Schule. Ja. Also alle so, oh mein Gott. Wie viel Guthaben hast du drauf? Was willst du? Ja, ich leg auf, ne? Du hast angerufen. Die Mächte jetzt schon? Das ist ja zumindest ein eigenes. Ja, wurde angerufen. Ach so. Guter Tipp zum ersten Mal auseinanderziehen. Und wenn du die jetzt siehst. Es ist zu ähnlich. Im Endeffekt, genau genommen, pappt die Zunge nur mit Kruste aneinander. Kruste im Mund kennst du vielleicht, wenn du dich mal innen auf die Lippe gebissen hast oder so, diese komische Zähne, gelblich weiß, was man da irgendwie festsetzt. Und damit pappt das zusammen auch. Das heißt, du hast einen gewissen Widerstand. Ich meine, ich habe ein paar Leute dabei beobachtet und mich daneben sind schon erst so, das erste Mal auch, dass Mera wieder heute mal gemacht hat. Es ist einfach nur das Zeugnischen. Es ist nicht wirklich, dass es jetzt ist. Es gibt vielleicht ein bisschen was mit den Schmerzen zu tun. Aber ich würde sagen, jeder macht das in der Erwartungshaltung, dass er gleich auch nicht so einen vor die Fresse kriegt. Aber das Stechen an sich zumindest. Und es haut doch bei gewissen Werten unten am ersten Mal. Also auch Leute, die erinnern sich, dass ich jetzt nicht so wirklich Probleme habe. Ja, ich als Beispiel stand im Bad vom Spiegel. Habe wirklich im Spiegel geguckt, wie weit und alles. Habe gemacht, war fertig und auf einmal... Und dann habe ich mich erst mal auf die Toilette setzen müssen, weil nur richtig schwarz vor Augen wurde. Ach ja, und das klingt, das klingt wie Klettverschluss, wenn man Klettverschluss auf meiner Zähne. So klingt das auch. Ja, ist echt so, ist egal. Du Arsch, mach bloß ab. Also ich will auch ein Bier. Du Arsch, gib mir meine... Du bist dein T-Shirt. So lange wird es ja auch nicht erdauen. Willst du jetzt eigentlich noch das Surface gar nicht mehr? Ja. Ja. Wir haben einen Moment zum Schluss gleich vor uns. Ich habe meine gespaltene Zunge, er will sie und ich will seine Venoms ab. Was? Tausch doch. Was? Tausch doch. Nee. Ja, was heißt tausch? Ja, schlägt sich ja nicht aus, ne? Wer bist du gerade? Ja, immer noch. Oh, toll. Mach mal so ein bisschen. Hast du beim Wasser und Trinken gemerkt, dass durchlief? Total ekelhaft. Was ist strange, ne? Wir schickst du heute Abend, okay? Quatsch. Waltig. Der erste Schluck Wasser fängt an zu grinsen. Der hat sich fast so schickig... Sieht gut aus. Also, auf dem Video sieht deine Zunge ziemlich schwarz aus. Na immer. Warte mal. Na komm bei rotten.de auch rein. Warte mal. Warte mal. Helfen? Warte mal. Zeichen. Zeichen. Warte mal. Dir geht's gut. Tut nicht weh, oder? Gut. Was? Warte mal. Warte mal schneller. Geht zum Auto. Und ist furcht. Ich würde mal die Blutklarke jetzt sehen. Würde ich jetzt direkt auf... Ja doch. Das schwarze, was man hier drauf erkennt, ist die Blutklarke. Zu Info. Für YouTube. Und deine lustige Blase da dran. Sieht super toll aus. Puste mal. Das ist schön. Das erkennt man wenigstens alles. Was meinst du, wie viel Geld wir bekommen? Ja. Für dieses scheiß Video hast du grad aufnehmen? Ja. Nein. Es gibt ja ein paar Jahre. Ja. 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 Ohne. Ja. 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 Ich guck länger drauf. Untertitelung des ZDF, 2020